Hallo Leute, heute, da ich ja einen Gips habe, perfekt zum Umfeld, zeige euch heute meine Rennstrecken, die ich im Renn nehme, dreimal am Tag, einmal einmal eine Runde, dann zweimal eine Runde und am Schluss dreimal eine Runde, immer halt erst einmal hintereinander, dann zweimal hintereinander und dann dreimal hintereinander und das ist fürs Kämpfen, weil ja immer erste Runde, zweite Runde, dritte Runde und jetzt zeige ich euch mal, wie die Runde geht. Vielen Dank. 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 Tschüss. 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 Tschüss.